Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar einen neuen krassen Teleport Glitch, mit dem ihr extrem viele Sachen machen könnt, um wirklich schnell Geld zu verdienen. Ihr könnt wirklich in Sekundenschnelle eure Lagerhäuser füllen oder das Zeitrennen in Sekunden schaffen und damit könnt ihr wirklich extrem viel Geld machen in kurzer Zeit. Und was ihr dazu machen müsst, ist wirklich ganz wichtig, schaut euch das Video ganz genau an, weil dieser Glitch, der verzeiht keine Fehler. Das heißt, wenn ihr da irgendwas anders macht oder sonst irgendwas, dann kann das Ganze nicht funktionieren und deswegen schaut euch das Video am besten ein oder zweimal an und wirklich macht einen Schritt genauso, wie ich das mache, weil ich habe auch selber extrem viele Probleme gehabt und deswegen macht es am besten so, wie ich das euch zeige und dann funktioniert es auch und wenn es dann nicht klappt, dann habt ihr vielleicht irgendwas falsch gemacht oder etwas anderes. So, was ihr als allererstes machen müsst, ihr braucht so ein Instant Win Race. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, erkläre ich euch das ganz kurz und zwar, ihr startet GTA nicht ganz mal über GTA, sondern ihr startet das über eine Aktivität in eurem PSN-Menü. Egal, was für eine Aktivität das ist, ob das jetzt irgendein Rennen ist, ein Deathmatch oder irgendeine Aktivität wie Dart oder Golf oder sonst irgendwas, mit dieser Aktion startet ihr erst mal GTA 5. Egal, wo ihr dann gespawnt seid, in einem Job-Menü oder in einem freien Modus, spielt gar keine Rolle, geht ihr einfach zurück in den Offline-Modus. Von dort aus geht ihr in den Job-Editor rein und erstellt euch so ein Instant Win Race. Für die Leute, die jetzt so ein Instant Win Race schon haben, von dem letzten Editor-Modus Glitch, dann könnt ihr diesen Part überspringen. Aber bevor ich euch zeige, wie das mit dem Instant Win Race funktioniert, ist es noch ganz, ganz wichtig, dass ihr ein selbst erstelltes Deathmatch habt, mit der maximalen Spielanzahl von 30 Leuten. Es muss ein Team-Deathmatch sein und es müssen 32 Fahrzeuge in diesem Job verfügbar sein. Also wenn ihr sowas nicht habt, dann würde ich euch empfehlen, das davor auf jeden Fall noch zu machen, damit ihr nachher beim Instant Win Race einfach direkt weitermachen könnt. Ich zeige euch jetzt gerade im Hintergrund, wie man so einen Deathmatcher stellt. Also ihr müsst auf jeden Fall alle Punkte, wo da so ein rotes Ausrufezeichen dran ist, ausfüllen, also Name, Beschreibung, die ganzen Fotos machen. Dann müsst ihr die 60 Spawn-Punkte setzen, weil wegen 30 Spieler jeder braucht zwei Spawn-Punkte. Und danach platziert ihr einfach die ganzen 32 Fahrzeuge irgendwo hin, testet das Ganze, nach dem Test speichert ihr das und veröffentlicht das. Wenn ihr das dann gespeichert und veröffentlicht habt, könnt ihr eigentlich direkt mit dem Instant Win Race weitermachen, das ich euch jetzt zeige. Wenn ihr dann im Job-Editor angekommen seid, dann geht ihr einfach ganz normal auf Rennen, auf Landrennen und erstellt euch so ein Landrennen. Geht am besten an irgendeine Stelle von der Map, wo ihr ein bisschen Platz habt, geht danach auf Platzierung und tut den Auslöser platzieren. Geht dann anschließend runter auf Zusatzelemente und geht so lang nach links oder nach rechts, bis die Kategorie Bojen und Plattformen kommt. Dort wählt ihr die schwebende Plattform aus und macht auf Stapeln auf Zusatzelementen auf An. Dann. Danach merkt ihr euch ungefähr den Punkt von dem Auslöser. Müsst ihr halt so ein bisschen hinfahren, dass ihr ungefähr den liegenden Punkt über dem Auslöser habt. Danach drückt ihr ganz lang L3, um ganz, ganz nach oben zu kommen, bis es nicht mehr geht. Wenn ihr dann oben angekommen seid, platziert ihr diese Plattform und macht eine weitere Plattform genau auf diese drauf. So, das lasst ihr dann erstmal so und geht dann auf Kontrollpunkte und geht auf die Startformation. Dann müsst ihr natürlich die maximale Spieleranzahl auf 2 haben. Und zusätzlich ist es noch ganz wichtig, dass ihr den Routentyp auf Punkt zu Punkt habt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr das dann habt, dann geht ihr wieder auf Platzieren und auf Kontrollpunkte und setzt oben den Startpunkt. Danach geht ihr ganz nach unten wieder zum Auslöser und setzt dort den zweiten Kontrollpunkt etwas vor dem Auslöser, weil sonst überschreibt es den Startauslöser. Danach klickt ihr hier wieder ein bisschen auf X und dann seht ihr schon die blaue Linie. Und dann müsst ihr so ein bisschen rumspielen, damit es irgendwann mal passt und setzt dann so eine Autolänge oder so eine Startformationslänge ein bisschen weiter nach vorne. Weil wenn ihr es nicht genau auf den Auslöser jetzt macht, das hat, glaube ich, Rockstar gepatcht, dann verschwindet der oben, ja, der Punkt. Und wenn es dann alles geklappt hat, dann seht ihr auch schon die Renndistanz von einem Kilometer. Wenn ihr das habt, dann habt ihr bis dahin alles richtig gemacht. Danach geht ihr runter auf Löschoptionen, geht dann runter auf alle Zusatzelemente löschen. So, dann bestätigt ihr das Ganze mit X. Und bevor ich es vergesse zu sagen, ist es noch ganz wichtig, dass ihr unter Einstellungen, unter Steuerung auf freies Zielen stellt. Und ihr braucht natürlich jetzt irgendeinen Random oder irgendeinen anderen Mitspieler, der diesen Zielmodus nicht hat. Also ihr braucht auf jeden Fall nachher einen, der ganz normales Zielen hat, also unterstützte Zielen oder sowas. Wenn ihr das dann alles so weit eingestellt habt, dann könnt ihr eigentlich direkt auf Testen gehen. Und wenn dann alles richtig geklappt hat, spawnt ihr in der Luft und fällt einfach runter genau ins Ziel. Und wie ihr seht, habe ich das Rennen automatisch beendet, ohne irgendwas gemacht zu haben. Danach wiederholt ihr das Testrennen einfach. Danach drückt ihr Start, geht auf Freunde beitreten und sucht euch irgendeinen Freund aus, der jetzt gerade nicht in dem Job drin ist, sondern irgendwo im freien Modus. Danach kommt diese Meldung mit dem Zielmodus, bla bla bla, da tut ihr die erste Meldung mit Beitreten mit X bestätigen und die zweite mit Kreis. Bevor ihr die Meldung aber mit Kreis wegdrückt, geht es sicher davon aus, dass ihr das Testrennen wirklich beendet habt. Also wenn ihr zu schnell seid, seid ihr noch in der Luft und hat es nicht funktioniert, deswegen wartet am besten sicher, dass ihr gelandet seid und das Testrennen wirklich damit auch beendet habt. Und dann drückt ihr erst die Kreistaste. Dann seht ihr schon, dass ihr hier im Editor seid und ein bisschen rumlaufen könnt und euer Radio auch benutzen könnt. Wenn ihr das habt, dann hat alles super wunderbar funktioniert und danach müsst ihr wieder auf Freunde gehen und wieder eurem Freund beitreten, der ein anderes Ziel hat. Danach kommt dann auch die Meldung, sind sie sicher, ja mit X bestätigen und die weitere Meldung auch mit X bestätigen. Wenn ihr das dann soweit habt, habt ihr schon mal alles richtig gemacht. So, jetzt kommt ihr in so einen Ladebildschirm, der niemals enden wird und den könnt ihr einfach umgehen, indem ihr einfach wieder euer PSN-Menü öffnet und den Media Player oder Spotify oder irgendwas öffnet, wo dann GTA 5 angehalten wird. Macht das am besten, so wie ich das euch im Hintergrund zeige. Öffnet Media Player, sobald er gestartet ist, geht ihr wieder raus und geht wieder auf GTA 5 Online. Anschließend bekommt ihr die Meldung, dass ihr einer neuen GTA 5 Online Sitzung beitretet und die tut ihr einfach nur mit X bestätigen. Wenn ihr dann gespawnt seid, könnt ihr kontrollieren, ob alles soweit funktioniert hat, indem ihr einfach mal das Steuerkreuz nach links drückt und wie ihr seht, habt ihr das Radio im Hintergrund und dann wisst ihr, dass alles funktioniert hat. Jetzt müsst ihr einfach nur noch auf Start, Online Jobs, Jobs spielen gehen, meine Jobs und wählt das eben erbaute Deathmatch mit 32 Fahrzeugen aus. Also es funktioniert auch wirklich nur mit einem Deathmatch, wo 32 Fahrzeuge hat. Warum das so ist, kann ich euch leider auch nicht sagen, aber bei mir hat es nur so geklappt. Wenn ihr das dann gestartet habt und dann hier im Hauptmenü seid, ist es noch ganz wichtig, dass ihr in mehreren Crews seid. Also ihr müsst dann entweder über euer Handy oder über euren PC, über euren Browser ins Social Club reingehen und danach müsst ihr irgendeine Antrickschuhe aktivieren. Wenn ihr dann Glück habt und hier in der Lobby seid, dann schmeißt es euch automatisch aus der Lobby raus. Wenn nicht, dann scrollt einfach mit dem Cursor ein bisschen nach unten oder mit dem Steuerkreuz und ändert entweder die Tageszeit oder irgendwas ändert ihr, damit ihr dann automatisch, ja damit es einfach schneller geht. Ja, nichts verlassen oder sonst was, es kann manchmal unter Umständen eine Minute dauern, deswegen würde ich euch empfehlen, irgendwas zu ändern, damit das Ganze schneller funktioniert. Wenn alles geklappt hat, dann bekommt ihr hier diese Fehlermeldung, da müsst ihr eigentlich gar nichts machen, ihr müsst einfach nur warten und jetzt kommt das von Ladebildschirm in den Wolken und danach kommt hier nochmal diese Fehlermeldung oder beziehungsweise diese Meldung. Da ja nichts drücken, sondern einfach mit der Meldung ungefähr eine halbe Minute oder Minute warten, ihr hört ja auch im Hintergrund irgendwelche Geräusche von dem Charakterauswahlbildschirm und dort einfach mal nur lange warten, einfach mal nichts machen, bis der Ladebildschirm im Hintergrund komplett geladen ist. Wenn ihr das dann alles soweit gemacht habt und auch gewartet habt, dann einfach nur im Kreis drücken. Und wenn ihr euch jetzt genug Zeit gelassen habt, dann müsste das bei euch im Hintergrund so aussehen. Es sieht schon mal alles super aus, wenn es bei euch so aussieht, weil jetzt kommt ihr nämlich wieder zurück in den Editor-Modus. Im Editor-Modus wieder angekommen, müsst ihr euch wirklich Zeit lassen. Macht es nicht zu schnell, sondern lasst euch da wirklich Zeit, so wartet ein bisschen, bevor ihr da irgendwas macht. Danach geht ihr runter auf Platzierungen, lasst euch wieder schön Zeit. Ja, keine Hektik, weil das ist ganz wichtig, weil wenn ihr das alles zu schnell macht, funktioniert das leider auch nie wieder nicht. So, dann geht ihr auf Platzierungen, geht dann runter auf Kontrollpunkte und drückt einfach dann mal X. Wie ihr seht, dann habt ihr so eine komische Karte. Im Normalfall müsstet ihr ganz normal am Flughafen spawnen und euch bewegen können. Denn in meinem Fall bin ich einfach nur durch die Map geflogen, ist aber eigentlich gar nicht schlimm, weil ihr müsstet einfach nur Start gehen, auf Online und in eine geschlossene Einladungssitzung beitreten. Wenn ihr dann dort angekommen seid, könnt ihr ganz normal auf Start gehen, auf neue Sitzung finden und dann einer öffentlichen Lobby beitreten. Bitte tretet vom Editor nicht direkt in eine öffentliche Lobby, weil dann kann es zu extrem vielen Fehlern kommen, dass es gar nicht funktioniert oder dass euer Spiel absturzt oder dass ihr einen schwarzen Ladebildschirm habt. Deswegen geht erst in eine geschlossene Sitzung und von dort aus geht dann in eine öffentliche Lobby und dann habt ihr den Teleportglitch. Wenn ihr euch jetzt fragt, was kann man mit dem ganzen Teleportglitch machen und zwar ihr könnt wirklich irgendwo auf der Karte euer Steuerkreuz setzen und genau dort spawnt ihr. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie Bock habt, das Zeitrennen zu machen, dann geht zum Zeitrennen, startet das Zeitrennen, geht dann zum Ziel, drückt dort auf X und schon BAMS habt ihr in ein paar Sekunden das Zeitrennen geschafft und wirklich extrem viel Geld bekommen. Mit dieser Methode lässt sich wirklich extrem leicht das Lagerhaus zu füllen und dann am Schluss, wenn es dann voll ist, auch die ganzen Waren zu verkaufen. Es ist wirklich ein richtig geiler Glitch, um wirklich extrem viel Geld damit zu machen. So, ich bin an der Stelle jetzt mal raus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, schaut euch wirklich am besten das Video nochmal an, weil ich erkläre es wirklich Schritt für Schritt, was ihr alles machen müsst oder beachten müsst. So, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Citi. Ich bin an der Stelle.